Wir freuen uns erstmal, dass du hier bist und wir das hier angucken. So wünschen euch im Aktien bei der Fahrers-Buggetop-Oper-Pod. Danke, dass ihr hier gut seid. So. Also, das war ein kleiner Unterschied, 60-70 Stunden. Zwischenzeitlich ist der war schon der Löschzug aufgestimmt und kontrolliert, dass man aufhört, nicht, dass da etwas schief geht. So, hier vorne natürlich Kutsamallon mit der Nummer 1. Heute habe ich gemacht, war ein Zerbord. Auf Startplatz B sehe ich auch gleich die größte Gadel-Stadt der Welt. Wir hören mal, Junge Heinrich, auch dieses Tief. Wir haben hier toll mit dabei und die werden uns dann gleich hier auch was oben noch mal anschauen. Wir hören noch hier von unten. Wir hören noch mal, Junge Heinrich. Wir hören noch mal, Junge Heinrich. Wir hören noch mal, Junge Heinrich. Wir hören noch mal, Junge Heinrich.